Die Menschen, die er am meisten liebt, trifft er sich hier. Hier ist das Sportkomplex. Hier ist das Sportkomplex. Er hat gegeneinander gespielt. Das mit dem Ringen hat er einen Gerdach schon hinter sich gebracht, da kriegt er Dürr Dünzüge durchschnittlich. Jetzt sind deine Waffe. Am besten da, wo ihr Name steht. Herzlichen Dank. Es war jetzt ja doch ein sehr langer Anlauf. Durch die Pandemie hat sich ein bisschen was verzögert. Aber ich freue mich umso mehr, dass es jetzt im Dezember offiziell losgeht. Und dass die gesamte Region hinter der Expo steht, das spürt man. Es ist ein sehr langer Zeit. Es ist ein sehr langer Zeit. Aber es ist ein bisschen geckert. Wenn es ein bisschen geckert ist, dann haben wir diese Zeit. Und es wird mit der Expo starten. Und es wird mit der Expo starten. Ich freue mich, wenn wir dann im Dezember oder aller spätestens im Jahr 2022 dann zu Gast sein können auf dieser herausragenden Expo hier in Hatay. Und die Expo starten, sondern der ganzen Bevölkerung ein gutes gelingen. Ich freue mich. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. İmzaların da atıldığı bu günde ben tekrar tüm başkanımla birlikteki heyetine teşekkür ediyorum. Sadece sıkıntılı günde değil güzel günümüzde de yanımızdalar ve ekspo güzel başlayacak, güzel devam edecek ve müthiş sonuçlanacak diyorum.